hallo liebe leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von mir und ich erkläre mal drückt sich einen guten leckeren schaumigen kaffee runter denn lasst uns einmal reden über die firma und warum ich im endeffekt jetzt sehr unzufrieden bin warum ich mein aber gekündigt hat das erfährt in einer kleinen kaffee runde mit mir also dranbleiben und viel spaß so wo fangen wir jetzt einmal genau an erstens einmal wir sollten einmal einen guten kaffeepfund haben mit einer schönen schaumlippe denn es wird ein bisschen länger herum geredet und nicht mehr um den heißen breich versuchen natürlich nicht zu fluchen also wie schon gesagt sehr entspannt an die sache heranzugehen um euch zu sagen wo liegen die fehler bei dieser firma beziehungsweise wo lang die fehler bei mir selbst also warum habe ich das ganze jetzt gekündigt würde man sagen wir fangen einmal an mit vor über einem jahr warum habe ich das eigentlich einmal abonniert beziehungsweise warum habe ich mir diese boxe short und socken natürlich gegönnt wie vor einem oder beziehungsweise über einem jahr waren immens viele werbungen auf social media mit instagram tik tok egal was es war aber ich glaube es war meistens damals noch instagram als tik tok und zwar ist es permanent eine werbung angekommen wie schön das nicht ist dass man gratis boxershot bekommt und für die erste boxershot nichts bezahlen muss da ist auch nichts darüber gestanden dass man irgendwie wenn man die erste behaltet gleich komplettes abo abschließt etc das war damals nicht so sondern es ist einfach darum gegangen ihr könnt eine boxershot gratis bestellen kriegt auch gratis nach hause sollte euch die qualität oder das design oder was auch immer nicht gefallen dann ist es einfach so dass ihr es entweder zurückschicken könnt oder ihr behaltet einfach die boxershot und schließt somit eigentlich kein einziges abo ab das war eigentlich der hintergedanke also immer gedacht was kann da natürlich schief rennen eigentlich gar nichts weil wir schicken die boxershot dann einfach entweder zurück oder wir können es uns sogar behalten und somit ist das thema erledigt also habe ich natürlich mal bestellt weil ich jetzt ein bis zwei monate lang diese werbung gesehen habe und ich mal gedacht ja die sind gar nicht mal so verkehrt diese ganzen sachen und sie schauen wirklich stylisch wirklich gut aus von der qualität wusste ich natürlich damals nicht bescheid die eigentliche boxershot dann mal bestellen ich weiß jetzt gar nicht mal wie die erste boxershot geheißen hat ich kann ich das entweder einblenden oder schaut einfach auf meinen youtube kanal was halt damals das erste video dazu war muss ich ehrlich sagen die boxershot an sich hat mir sehr gut gefallen die qualität war auch okay ich habe es mir damals natürlich um eine nummer beziehungsweise zwei nummern zu groß gekauft also größeres was ich jetzt hatte ich hatte damals halt eben die größe in normaler hose in m und habe sie bestellt alle in xl und das muss ich ehrlich sagen das war die beste entscheidung denn sie wird wirklich ein bisschen enger geschnitten und könnte dementsprechend natürlich beim besten stück unten dann etwas drücken somit war ich eigentlich von dem design zufrieden ich war auch zufrieden von der qualität muss ich ehrlich sagen ich war wirklich zufrieden und 20 euro beziehungsweise damals 20 gar nicht weil es war die erste boxershot gratis also die qualität hat gepasst design hat gepasst verarbeitung hat eigentlich auch alles gepasst und vor allem auch die größer was mich sehr gewundert hat zwei nummern größer ist meistens so dass es unter normalen herstellen immer etwas dann zu groß ist also ich möchte natürlich bestellen und auch wie schon gesagt eben behalten dann habe ich gewartet eben auf die nächste proxershot denn das ganze sollte dann einfach ganz normal weiter laufen und man schließt sozusagen im nachhinein gesehen ja dann automatisch ein abo ab weil du hast ein monat zeit oder ich glaube zwei wochen hattest du zeit um das ganze zurück zu schicken wenn du unzufrieden warst wenn nicht und du behaltest sie schließt man danach ein abo ab wurde aber damals auf der webseite nicht komplett detailliert und vor allem auch wirklich gut erzählt und halt eben auf der webseite gezeigt das was natürlich ein bisschen zu ihrer führung führte man wusste auch nicht wann kommt die zweite boxershot dann ungefähres datum oder so man wusste nur von der firma selbst jedes monat erwartet sie eine neue boxershot das war es im endeffekt also habe ich natürlich jetzt aufs ungewisse gewartet was mich da schon mal sehr geärgert hat ist nicht dass es lange gedauert hat bis ich die nächste bekommen habe sondern es waren wie schon gesagt alle social media und kanäle mit werbung vollgepumpt von einer neuen boxershot von einer neuen boxershot und auf der webseite an sich ist es so deklariert freut euch auf die nächste boxershot es wird spannend gemacht wie so eine mystery boxershot ja und im endeffekt habt ihr so viel werbung vollgetackert mit dem ganzen zeug dass euch eigentlich gar nicht mehr auf das design freuen könnt weil ihr schon eigentlich zwei oder drei wochen davor wisst was euch natürlich hier erwartet um das ganze dann da sage ich jetzt einmal ein bisschen abstand zu gewinnen habe ich natürlich die social media kontakte beziehungsweise überhaupt social media ein bisschen gemieden dass ich halt nicht immer schon davor einen weiß was kommt der als nächste boxershot sondern ich wollte mich einfach mal überraschen lassen weil ich sage einmal dieser überraschungseffekt sollte natürlich ein bisschen aufregend sein und nicht gleich okay sie ist da aber es interessiert mich dann nicht mehr also habe ich halt auch die nächste boxershot abgewartet wo ich auch mit dem design und mit der qualitätenverarbeitung mit der größe vor allem auch wirklich sehr zufrieden war dann kann ich nichts sagen deswegen ging das ganze monats abo eigentlich auch ziemlich lange und zwar ich glaube ungefähr sechs monate oder sieben monate bis dann halt eben der sommer angefangen hat und sie hatten damals so eine limited edition aber nicht in boxershot art sondern halt eben badehosen ab findet sie auch alles auf meinem kanal ist kein problem könnt ihr euch natürlich im nachhinein dann noch mal anschauen dann die badehose gekommen in einer super 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 vom design her hat mir wirklich sehr gut gefallen mit dem schriftzeug auf der seite von on the desk in so neon gelb herum und nur von der größe da muss ich gleich mal sagen es war um etliches zu groß obwohl ihr das ganze so dünn schnürzt bis zum geht nicht mehr hat man das gefühl man verliert diese hose und jetzt kommt aber der absolute supergau nach drei mal benutzen im schwimmbad ging halt eben auf der seite die schrift runter jetzt mittlerweile muss ich sagen ich habe die boxershot noch aber ich habe eben den kompletten schriftzug hinunter gerissen und sie sitzt halt einfach immer noch sehr sehr locker von der größe her boxershot passt perfekt in zwei nummern größer dann badehose in zwei nummern größern absolut zu groß und so werden wem das passt keine ahnung ja also habe ich halt eben im endeffekt daran war ich dann das erste mal ein bisschen unzufrieden mit der so genannten badehose aber das ist einmal dahingestellt wie schon gesagt es können mal fehler vorkommen ist ja alles nicht schlimm nur wie schon gesagt limited edition ist es immer so gemein ihr zahlt ihr nicht die normale boxershot sondern zahlt meistens noch mehr drauf für die badehose habe ich damals gezeigt 25 euro für die boxershot selber die hälfte also man muss halt schon mal diese ganze differenz von sich halten und von der qualität auch berücksichtigen also habe ich dann im endeffekt die badehose behalten habe halt wieder auf die nächste boxershot gewartet und da kommen schon einmal die ersten dinge die qualität an sich muss ich sagen ist etwas schlechter geworden selbst durch waschen was ich fast in meinen ganzen videos erwähne wird es einfach nicht weicher umso öfter die das war auch wenn ihr die boxershot verkehrt war bei manche design die bleichen so dermaßen aus wo man denkt man hat die boxershot einfach schon keine ahnung ein halbes jahr oder jahr an dabei ist das sage ich mal nach dem ersten zweiten war schon so ein bisschen ausgebleicht und da frage ich mich wieso ja wieso ist das ganze jetzt schon nach dem zweiten mal waschen komplett ausgebleicht und einfach nicht mehr dieses ursprüngliche design das ist natürlich einmal die erste frage die ich mir stelle das heißt es ist auf alle fälle die qualität von anfang her etwas nach unten gegangen passform her muss ich ehrlich sagen sind bei allen boxershot finde ich gleich gut da kann man nichts sagen warum design lässt sich natürlich auch mal streiten denn einen gefällt dass mir den einen das mir also es ist bei mir genau das gleiche mir hat nicht jedes design gefallen sondern es gab auch welche die fand ich etwas cooler etwas designhafter als halt eben die die ein oder anderen produkt wo ich halt eben sagen muss das design hat mir absolut gar nicht gefallen wurscht wie auch immer die firma hat sich dann im endeffekt immer wieder weiterentwickelt 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 natürlich sind auch ab und zu mal die preise etwas nach oben gegangen als nach unten denn damals gab es auch mal diese funktion nach glabern nach drei viertel jahr hat das ganze angefangen und zwar ihr konntet auch die dazu passenden socken aber abschließende seite ihr habt die boxershot in einem sehr coolen design und bekommt sie im endeffekt danach noch so genannte socken dazu im ungefährigen gleichen des seiner zwei produkte und damals war das wirklich nicht viel geld angefangen haben die socken mit 2,99 mittlerweile sind sie schon bei 4,99 aber dazu kommen wir natürlich noch einmal am ende des videos etwas genauer darauf zu reden aber im endeffekt will ich euch einfach das so sagen ich habe halt eben die socken abgeschlossen die boxershot abgeschlossen also diese zwei abos wollte ich mir gemeinsam anschauen denn sie sollten wirklich gut übereinstimmen jetzt habe ich dann im endeffekt die nächste boxershot bekommen musste aber dennoch noch einmal drei wochen darauf warten bis die passenden socken gekommen sind ich glaube beim ersten designs war es sogar so dass sie sogar ziemlich gut zusammengepasst haben aber im späteren folge habe ich mir gedacht design von boxershot und socken das ist komplett unterschiedlich what the fuck was soll das sie passen nicht zusammen sie kommen nicht gleichzeitig bei euch an überhaupt nicht bei mir war das erst ein einziges mal der fall und die begründung lag die firma produziert das ganze nicht in einer firma wenn man das macht eine andere firma von einem anderen haupt ort wo die firma halt gelegen ist und die boxershot firma also die haben miteinander angeblich nichts zu tun das kann man sich jetzt aussuchen wie man es will ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht ist einmal dahingestellt auf alle fälle ja okay ich nehme mal zu ich warte vielleicht zwei wochen länger und ich bekomme halt eben die passenden socken dazu einfach farblich oft gar nicht zusammen und für mich ist das einfach eine sache wo ich mir denke hat boxershot socken wenn die nicht zusammen passen dann für was bestelle ich das dann kann ich mir gleich meine normalen socken anziehen und die sache ist gut und man erspart sich somit geld wie schon vorhin ganz kurz angesprochen von 2,99€ ist es gestiegen auf 4,99€ für die socken fand ich auch noch einen okayen preis muss auch im nachhinein sagen und ich bin immer noch von die socken her mehr zufrieden als von der boxershot selber also die socken sind von der verarbeitung her von der qualität her und auch von der waschbarkeit definitiv eine stufe höher will ich noch einmal dazu sagen es ist nicht der fall ich will die firma auch nicht schlecht reden oder so aber ich will halt einfach mit fakten passieren euch darüber in kenntnis setzen dass es hier bei dieser firma definitiv noch sehr viel verbesserungsvorschlag gibt ich habe selber mit der firma kommuniziert versucht über e mail zu schreiben über verschiedene andere messenger zu schreiben sie anzurufen egal was es ist ich habe ihnen mein feedback gegeben ich habe auch gesagt ich möchte auch gerne auch einen vorschlag bringen damit ihr euch eure firma nicht wirklich so schlechte kundenbewertungen im nachhinein hat wo man sich denkt für was ist die ganze mühe wer also habe ich im endeffekt wieder gewartet bis die nächsten boxershot gekommen ist die nächsten socken gekommen ist das ganze habe ich mir jetzt glaube ich über sechs mal angeschaut also das ganze habe ich jetzt zumindest einmal sechs monate im kompletten mit beiden verschiedenen abos abgewartet um halt eben zu schauen wie entwickelt sich diese ganze richtung weil von den ersten zwei boxershot oder die ersten zwei socken kann man nicht wirklich viel sagen wirklich ist wichtig dass halt eben die konstante qualität stimmt wir haben von die socken die designs meistens besser gefallen ist von der boxershot im endeffekt habe ich halt eben danach ab und zu mal in den kommentaren gesehen und auch mal private anfragen wie könnt ihr dieses abo wieder kündigen das heißt im endeffekt jeder will dieses abo oder viele wollen dieses abo kündigen und wissen aber nicht wie und die firma muss ich ehrlich sagen was das anbelangt ist sie nicht neutral und komplett aufgezeichnet und komplett wie sie erklärt denn ich habe selber auf dieser webseite sehr sehr lange nachgesucht wie kann ich sie kündigen wie kann ich sie deabonnieren irgendwas man findet auf der webseite wenn man sich nicht auskennt einfach absolut gar nicht würde ich einfach mal sagen ich blende hier während ich mit euch rede ein bisschen ein wie ich das gemacht habe ich versuche es halt zumindest so gut zu erklären dass es auch ihr ganz easy cheesy einfach schaffen werdet um das ganze zu kündigen weil das ganze ist nicht dekoriert unter kündigen sondern eben inaktiv oder beziehungsweise deaktivieren das ist ein bisschen passt nicht ganz gut zusammen so wie sie es halt eben preis geben und es ist auch wirklich ziemlich ziemlich schwer das ganze zu finden aber wenn man es weiß im nachhinein denkt man sich ja okay 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 ist gar nicht mal so schwer aber es wird halt einfach nicht offen dargelegt und das finde ich halt einfach ein bisschen eine wirklich große gemeinheit also wie haben wir das gemacht ihr geht es einfach die loggzeit einfach auf dieser webseite oben einfach ein gebt euren account dann wie ihr das ganze abgeschlossen habt dann poppt im endeffekt unten überall die verschiedenen sachen auf und die bestellungen die kommen sollten wichtig ist mitgliedschaften dann drückt sie einfach mal auf diesen punkt mitgliedschaften drauf hier wird aktiv oder inaktiv jetzt ist eigentlich der im endeffekt so ihr müsst das aktive umstellen auf inaktiv das ist eigentlich im endeffekt die ganze kündigung einfach auf inaktiv stellen danach bekommt ihr im endeffekt eine e mail auf eure e mail adresse wollte sagen auf eur password auf eure e mail adresse bekommt ihr dann im endeffekt eine e mail mit oh das ist schade wie auch immer schön schade dass wir sie eben als kunden verloren haben das ist eigentlich die bestätigung als kündigung das heißt da bestätigt einfach die firma dass sie wirklich gekündigt sind abgesehen davon vergesst nicht ihr habt hier eine nicht ein monatige sondern zweimonatige kündigungsfrist das heißt ihr bekommt die nächste box short und die was darauf folgenden der ist auch noch einmal also das muss man auch nochmal berücksichtigen es steht halt wirklich detailliert in einer kleinsten beschreibung was sich wirklich ein normalo niemals durchliest ja also so wird das ganze im endeffekt gekündigt ist im nachhinein echt simpel gemacht könnte aber definitiv statt aktiv und inaktiv auf alle fälle auf kündigung geklickt werden das würde zumindest jeder mensch verstehen aber das ist natürlich wieder marketing taktik von dieser firma damit sie eben sozusagen etwas weniger kunden verlieren können wie ich dazu gekommen bin zu dieser kündigung ist natürlich eh schon im video im ganz ersichtlich ich war halt eben mit der qualität am ende des tages dann leider nicht mehr zufrieden gekündigt habe ich eben damals nur die box short weil ich mir gedacht habe bei die socken an sich bin ich super zufrieden warum nicht um vier euro 4,99 halt eben weiterhin benutzen dafür habe ich auch natürlich den kundensupport halt eben per e mail geschrieben oder per verschiedenen messenger etc aber erst einmal lange wartezeit von fast über drei wochen wartezeit auf eine e mail manchmal kommt gar nichts an manchmal kommt was an aber das sind so sporadische antworten wo man sich denkt hallo geht es ein bisschen genauer aber ich habe auf der webseite noch einmal genauer bescheid gegeben und zwar sie haben ja social media unten auch das heißt sie sind ja vertreten bei facebook instagram und was auch da teufel was noch ja und deswegen ist auch mein appell an euch habt ihr kunden fragen mailet euch über facebook messenger und ihr habt glück und sie schreiben euch entweder in wenigen stunden aber zumindest am gleichen tag zurück wieso das dort und so schnell geht das kann ich leider gottes nicht sagen meine frage war halt eben damals ich möchte von euch die box short kündigen will aber trotzdem weiterhin die socken beibehalten wie viel würde das ganze kosten klipp und klarer frage gestellt die antwort war halt eben auch von dieser firma das ganze kann weiterhin benutzt werden halt eben um diesen vorgesehenen preis gut haben wir gedacht passt ich warte jetzt auf die nächsten socken boxe short ist für mich abgehakt ich brauche nicht tausend boxe short die mir nicht aufgedeutscht der gefallen passen oder wo ich halt eben unzufrieden bin und die nächsten socken kamen bei uns an alles bippe fein wirklich guter qualitiert habe ich eh schon tausendmal erwähnt und im endeffekt danach ein bisschen ein paar wochen später buchen sie dir den nächsten betrag am von eurem paypal konto oder halt eben bankeinzug und danach wirst du schon mal okay warum haben sie jetzt auf einmal 8 euro 99 abgebucht da habe ich mir mal stutze gefüllt okay ich kriege nur noch socken und zahl jetzt fast das doppelte what the fuck was soll dieser scheiße das komplette abzocker wurde nicht eben richtig mit mir kommuniziert dann habe ich halt eben wieder diesen kundensupport über den facebook messenger angeschrieben kundensupport meint im endeffekt im nachhinein das socken abo alleine beträgt sich 8 euro 99 das heißt 9 euro kosten die socken alleine und in kombination mit der passenden boxe short kommen die socken halt eben auf 4 euro 99 was halt eben bei mir nicht deklariert worden beziehungsweise halt eben nicht am anfang wirklich gut kommuniziert worden ist fand ich nicht gut somit habe ich auch diese socken im endeffekt in den wind geschossen habe sie dann natürlich noch zweimal bekommen weil ich eben schon vorhin erwähnt habe die kündigungsfrist sind hier eben nicht ein monat sondern eben zwei monate und somit ist auch zumindest mein socken aber komplett ausgelaufen boxe short komplett ausgelaufen das letzte video glaube ich war über magic oder so das war meine letzten socken und es werden auch vor allem meine letzten socken bleiben denn ich muss ehrlich sagen das ist richtige richtige abzocker das kann man eigentlich gar nicht schönerin für mich ist das einfach pure pure abzocke und gehört meinetwissen auf alle fälle vielleicht sogar bestraft etc mit den juristischen zwar kenne ich mich leider nicht so gut aus aber ihr sollt wirklich 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 aufpassen und nicht auf diese sachen hineinfallen weil es wird euch im endeffekt trotzdem das heiße vom himmel versprochen aber halt eben nicht das geboten wofür ihr dann halt eben auch bezahlt hat was soll ich noch dazu sagen ja ihr spart automatisch dadurch eben ein abo abgeschlossen haben spannt sie halt trotzdem automatisch auch inaktiv sozusagen ein guthaben denn die firma on the test das kann ich euch hierzu auch einmal gleich einblenden hat auch angefangen ganz normale klamotten zu produzieren das heißt wir haben hier sweater eine jogginghose glaube ich weiß nicht ein gelee oder so das ist eine west das ist ein paar sachen sind dabei glaube es sind vielleicht zehn oder zwölf sachen ist jetzt nicht großer welt und für das sammelt ihr quasi während des modells von euren abo halt eben weiterhin im hintergrund etwas gut haben oder geld als gut haben im endeffekt was ihr dann halt eben für diese sachen dann einsetzen können oder halt eben aussuchen können und bei mir waren das im ende des tages bei meiner kündigung halt eben 50 euro also ich muss sagen bei 50 euro sollte sich zumindest irgendwas ausgehen denkt man sich ja man wir schaut hier nicht bei einem gucci store oder was auch immer sondern wir schauen hier von einer ganz normalen produktionsmarke wo halt eben die qualität von manchen gut ist und von manchen halt eben absolut schlechter geworden ist also wurde ich natürlich auch mega mächtig nach dieser kündigung mit e-mails bombardiert und sie haben noch diese chance und sie kriegen statt einer boxe schaut zwei boxe schaut wenn sie das wieder auf aktiv stellen und sie vergessen nicht ihr gut haben entfällt sonst und wie schon gesagt ich glaube das war von meiner kündigung bis jetzt gleich mindestens 24 e-mails absoluter schrott ja also gratis die nicht hinten in den hintern kriechen ja um es normal auszusagen und ich halt eben noch mehr abzuzucken so jetzt habe ich mir gedacht okay 50 euro ich gucke mal auf dieser webseite nach von dieser sogenannten bekleidung weil um 50 euro sollte sich zumindest ein t-shirt oder irgendwas ausgeben wenn sie das natürlich haben aber das ist wieder marketing gag die sachen dort empfangen ab 100 euro ein pullover um 100 euro von sorry dass ich das sage von der marke niemals da stecke ich mir lieber die 100 euro in meinem hintern rein bevor ich es in diese firma zahlen wenn die qualität ist ich meine ich habe es nicht bestellt kann es jetzt nicht so sagen aber ich stelle es mir halt so vor wenn die qualität ist wie die boxer short oder die socken sind sie trotzdem nicht 100 euro wert wie kommt ihr so einen absurden preis von 100 euro für einen pullover also sorry also der was das macht entweder hat ein geld scheißer daheim oder er weiß halt nicht was qualitativ wirklich da geboten wird ja also im endeffekt fand ich das als wirklich große abzocke somit sind halt eben die 50 euro gut haben verfallen ja was soll man machen aber besser als dass man noch einmal 50 euro ausgibt für ein produkt was dann im endeffekt wieder entweder in kasten liegt oder das vielleicht sogar noch verpackt irgendwo unter dem bett gestapelt wird ist nicht der rede wert und im endeffekt ich schau jetzt noch einmal ich habe jetzt hier ein paar stichworte auf meinem tablet aufgeschrieben aber ich muss ehrlich sagen ich glaube ich habe das jetzt alles frei schnauze hinausgesprochen ob ich jetzt irgendwas vergessen habe oder nicht kann ich jetzt gar nicht sagen wenn ich was vergessen oder wenn ihr auch irgendwelche anderen fragen habt schreibt sie einfach unten in die kommentare ich tausche das gerne mit euch aus und sage ich natürlich meine meinung und oder mit dem wie ihr halt eben genauer helfen können mit eurer kündigung dass ihr halt einfach wirklich das ganze einmal beenden könnt weil eben auf wirklich kundensupport und alles kann man hier nicht gut zum sprechen sein weil eben entweder gar nichts kommt oder nach monaten oder wochen etwas kommt wo man sich im endeffekt denkt das ist auch ein bisschen zu spät also mein tipp von euch wenn ihr das wirklich macht mit dieser gratis box schaut packt sie raus schaut sich an und vor allem geht es auf euren link geht es auf mitgliedschaften und sofort deaktivieren also sofort kündigen ich hoffe euch hat das video ich will gar nicht sagen ich hoffe ich hat das video gefallen aber ich hoffe ich habe euch mit diesem video ein bisschen weiterhelfen können wie es mir gegangen ist und ich habe das ganze wie schon gesagt weit über ein jahr bezogen ihr könnt mir gerne unten in die kommentare feedback schreiben oder irgendwelche fragen schreiben aber das war es mit dem video ich sage immer danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao